Das ist unser Bürgermeister Horst Neumann, Herr Specht, Innensenator, Herr Jakubi, Landesschatzmeister und Wirtschaftssenator. Das ist doch alles Käse! Wir brauchen ein neues Konzept. Wir brauchen einen Profi und keine Dilettanten, einen Spezialisten, einen Experten! Unser Experte ist eingetroffen. Sö, Sö, Sö und Saus, Saus, Saus. Gut, ab heute wird gemacht, was er sagt. Ausgezeichnet. An den Tag werden wir noch lange zurückdenken. Dieter Hallervorden ist der Experte. Glauben Sie, ein einfacher Automechaniker könnte einen Wahlkampf leiten? Willi Schneider! Und wenn irgendjemand Ihre Fähigkeiten bezweifeln sollte, den machen Sie fertig, aber kräftig! Moment, ey! Bist du fertig? Ja! Okay. Solche Politiker muss man ja behandeln wie rohe Eier. Und wie behandelt man rohe Eier? Man haut sie in die Pfanne. Dieter Hallervorden, der Experte. Ab Februar im Kino. Braumes zum Kino. einfach zur Berlin Wallen. Und wie bei euch also schlafen. Am Telegram, das da kino padre ist ärch. Am Telegram